Kunst ist wichtig, weil deine Vorstellungskraft die Welt verändern kann. Von Neil Gaiman. Es liest Moritz Pliquet. Die Welt erscheint immer heller, wenn man gerade etwas geschaffen hat, das vorher nicht da war. Credo Ich glaube, dass es schwer ist, eine Idee zu töten. Denn Ideen sind unsichtbar und ansteckend, und sie verbreiten sich schnell. Ich glaube, dass man mit seinen Ideen gegen andere Ideen antreten kann, die einem missfallen. Dass man frei ist, zu argumentieren, erklären, klarzustellen, zu debattieren, beleidigen, toben, spotten, singen, dramatisieren und ablehnen. Ich glaube nicht, dass das Verbrennen, Töten, in die Luft Sprengen von Menschen und das Einschlagen ihrer Köpfe mit Steinen, um die schlechten Ideen rauszulassen, das Ertränken oder sogar die komplette Vernichtung Ideen zurückhalten kann, die jemandem missfallen. Ideen entstehen, wo man es am wenigsten erwartet, wie Unkraut. Und wie Unkraut sind sie auch so gut wie nicht zu kontrollieren. Ich glaube, dass das Unterdrücken von Ideen selbige verbreitet. Ich glaube, dass Menschen, Bücher und Zeitungen Ideen beinhalten. Und dass das Verbrennen von Menschen, die Ideen in sich tragen, genauso wirkungslos ist, wie ein Napalmangriff auf ein Zeitungsarchiv. Es ist schlicht zu spät. Es ist immer zu spät. Die Ideen sind bereits da draußen. Sie verstecken sich hinter den Augen der Menschen und warten in ihren Gedanken. Sie können geflüstert werden. Sie können mitten in der Nacht an Mauern geschrieben werden. Sie können gezeichnet werden. Ich glaube, dass Ideen nicht korrekt sein müssen, um zu existieren. Ich glaube, ihr habt jedes Recht der Welt, fest davon überzeugt zu sein, dass Bilder von Gott, Prophet oder Mensch, die ihr anbetet, heilig sind und vor Schmähungen geschützt werden müssen. Genau wie ich das Recht habe, an die Heiligkeit der Sprache zu glauben und an die Unantastbarkeit des Rechts auf Spott, Kommentar, Diskussion und freie Meinungsäußerung. Ich glaube, ich habe das Recht, falsche Dinge zu denken und zu sagen. Ich glaube, ein Gegenmittel ist, mit mir zu diskutieren oder mich zu ignorieren. Und ich glaube, dass auch ich dieses Mittel gegen falsche Dinge anwenden darf, von denen ich annehme, dass ihr sie denkt. Ich glaube, dass ihr das Recht habt, Dinge zu glauben, die ich als abstoßend, dumm, lächerlich oder gefährlich betrachte. Und ihr habt das Recht, all diese Dinge zu sagen, zu schreiben und weiterzuverbreiten. Und ihr habt das Recht, all diese Dinge zu sagen, zu schreiben und das Recht, all diese Dinge zu sagen.